Dschungel-Kämpfster Heinz Hönig kämpft seit Monaten im Krankenhaus um sein Leben. Ein Kampf, der ihn sichtlich verändert hat, wie ein Video seiner Frau aus dem Krankenhaus zeigt. Seit mehr als 100 Tagen liegt Heinz Hönig in einem Berliner Krankenhaus. Der Dschungel-Kämpfster kämpft um sein Leben. Punkt dieser Kampf hat Spuren hinterlassen. Immer an seiner Seite ist seine Ehefrau Annika Kersten Hönig. Sie ist es auch, die jetzt die erste öffentliche Aufnahme des Schauspielers auf Instagram zeigt. Punkt in einem kurzen Clip, in schwarz-weiß, sieht man, wie Annika Heinz Hönig dabei hilft aufzustehen. Der Schauspieler ist darauf kaum wieder zu erkennen.Dschungel-Kämpfster Heinz Hönig ist auf Klinikaufnahme kaum wieder zu erkennen. Das Video zeigt, wie sich der geschwächte Schauspieler an seiner Frau festhält. Sein Gesicht wirkt eingefallen und schwach. Punkt auch das Tracheostoma, durch das Heinz Hönig selbstständig atmen kann, ist deutlich zu sehen. Punkt in deiner Brust schlägt ein Kämpferherz, schreibt Annika zu dem Video. Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Reise, fügt sie hinzu. Heinz Hönig ist zu schwach für lebensrettende Operation, auch wenn die Aufnahmen für viele erschreckend sind, bedeuten sie für viele Fans ein Hoffnungsschimmer. Heinz Hönig kämpft, kann mithilfe das Bett verlassen.Anika Kersten Hönig erzählte gegenüber Bunte, dass Heinz' aktuelles Ziel die Entlassung aus dem Krankenhaus sei. Er braucht eine Operation an der Aorta, ist aber momentan nicht operationsfähig. Eine Option ist, dass er bis zur Operation nach Hause kann, wo Annika, die gelernte Krankenschwester ist, ihn pflegen könnte. Alternativ muss er weiterhin in der Klinik bleiben.e bis Star Heinz Hönig kämpft für seine Familie um sein Leben. Trotz der schweren Krankheit zeigt das Video, dass Heinz' Kämpferherz nicht aufgibt. Kraft gibt ihm neben seiner Ehefrau Annika auch seine jüngsten Kinder Giuliano und Liani, die ihren Papa sehr vermissen. Punkt. Er vermisst seine kleinen Söhne so unwahrscheinlich dolle. Und die Kleinen vermissen ihren Papa, so Annika gegenüber Bunte. Punkt. Die Hoffnung ist, dass er bald stabil genug für die notwendige Operation ist. Bis dahin zählt jeder kleine Fortschritt.